Ich werde jetzt Ihnen eine Variante zu dem Experiment zeigen, was Herr Rosso gerade durchgeführt hat. Ein paar Dinge sind leicht verändert. Damit wollen wir noch mal darauf hinweisen, wie viele Möglichkeiten in der Regel dieses ganze System bietet. Die erste Änderung, die ich gemacht habe, ich habe das Reagenzglas, was Herr Rosso benutzt hat, ersetzt durch eine Spritze, habe also die Spritze direkt schon angeschlossen an das ganze System, so dass ich das Flüssiggas jetzt einfach über diese Kanüle hier einfülle. Es ist auch ganz praktisch, dass man sofort an der Skala ablesen kann, wie viel vom Flüssiggas man eingefüllt hat. Mit einem Milliliter kommen wir für das Experiment sehr gut aus. So, das Flüssiggas verdampft jetzt hier und strömt durch die Apparatur und ich kann es schon ziemlich bald, wie Sie auch gesehen haben, an der Kanüle entzünden. Wir probieren schon mal unser Glück und da sehen Sie schon, es brennt mit ziemlich guter Flamme. So, nun kann ich schon damit starten, mit dem Experiment. Ich werde den Brenner jetzt ruhig voll aufziehen, der Brennerflamme, und Sie werden jetzt gleich sehen, dass in dem Moment, wo hier die Reaktion sichtbar wird, sich die Flamme verändert. Ich glaube, man kann es jetzt schon sehr deutlich erkennen. Ich gehe mit dem Brenner noch etwas weiter rüber. Der Grund dafür ist, dass bei der Reaktion ja wasserfrei wird und dieses Wasser teilweise als Gas auch mit durch die Kanüle strömt und damit die Flamme verkleinert. Sie sehen, sie ist jetzt noch kleiner geworden. Jetzt geht sie fast schon aus, aber ich glaube, sie schafft es so gerade. Also auch ein Effekt, den sie beim Wasserstoff haben. Jetzt ist die Flamme kaum noch zu erkennen, aber noch mal hat sie sich erholt. Ich werde sie trotzdem jetzt mal eben löschen, damit wir die Kalkwasserprobe nicht vergessen. So und das geht blitzschnell, Sie sehen es schon. Die Kalkwasserprobe ist jetzt schon positiv und ich werde jetzt mal ein bisschen heranzoomen, damit wir auch die Reaktion im Quarzglas noch mal gut beobachten können. So, ich denke, sie konnten jetzt erkennen, dass wir im Grunde genommen jetzt überall die Reduktion des Kupferoxids vorgenommen haben. Ein paar Stellen sind noch nicht erreicht. Das macht im Moment aber gar nichts. Ich mache den Brenner mal aus und ich werde versuchen, mit Hilfe der Nahlinse jetzt noch mal etwas näher an das ganze Experiment heranzukommen. Und vielleicht, ja, es geht ganz gut, glaube ich, mit der Nahlinse ist noch größer abzubilden. Sie sehen jetzt links im Reagenzglas das reduzierte Kupferoxid. Kupfer ist, daraus ist Kupfer geworden. Fast überall. Man hätte noch ein bisschen länger erhitzen können oder etwas anders. Und mir ging es jetzt darum, dass man auch jetzt im Reagenzglas zusätzlich, vielleicht wenn man noch mal das ein bisschen dreht, zusätzlich erkennt, dass dort Wasser entstanden ist. Und um das Wasser nachzuweisen, wenn man es jetzt nicht glaubt, dass es Wasser ist, kann ich jetzt, habe ich noch die Möglichkeit, mit Vatesmo-Papier es noch einmal zu testen. Das will ich mal ganz kurz machen. Ich nehme ein bisschen Vatesmo-Papier, schiebe das in das Röhrchen. Und Sie sehen schon hoffentlich, nein, die Kamera stand nicht gut, wie dieses Papier sich sofort blau färbt. Das ist also der Nachweis, dass wir neben dem Kohlendioxid auch noch Wasser erzeugt haben bei dieser Reaktion. Bauchen.